Moinsen, ihr Füchse und Füchseinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Wir sind im letzten Part den Krallen beigetreten und arbeiten jetzt gerade ein bisschen in der Kuppelstadt weiter in diesem großen Konflikt und schauen mal, wie der Ganze so ausgehen wird. Wir machen uns jetzt erstmal dran, die Kommunikation zwischen Kuppelstadt und den Klerikern wiederherzustellen, ihrer Hauptstadt, Ignador oder wie sie heißt. Während wir aber da gerade auf dem Weg sind, gucken wir jetzt endlich mal bei diesem Windrad vorbei, was da da Phase ist und was da so los ist. Oh, da ist eine Mine. Ich habe eine Mine gefunden. Kann ich die einsammeln? Nee. Kann sie nur sehen oder kann ich... Ich versuch's mal. Wahrscheinlich, wenn ich zu nah rangehe, explodiert sie. Oh, sag ich doch. Au. Okay, ich wollte sie eigentlich einsammeln, aber einsammeln ist nicht. Wissen wir Bescheid? Haben wir jetzt hier lernt. Die weißen Zacken Magalans. Beeindruckend. Wofür sie wohl gebaut wurden? Die weißen Zacken. Sind das da Gegner? Wahrscheinlich ja. Ich ignoriere die erstmal noch weg. Oh, da ist doch so ein dicker Roboter. Ja, nee, danke. Aber wir gehen ja trotzdem mal hoch. Aber da sind wir noch. Ihr wisst ja, Roboter, da läuft noch nichts. Aber wir können trotzdem mal hier diesen weißen Zacken erobern. So viel Zeit. Ist ja noch. Die weißen Zacken Magalans. Kurz mal warten. Ruhig mal zwischensafen. Dann müssen wir da gleich nur wieder weg, weil das ist zu gefährlich. Wir müssen irgendwie in diese Richtung. Also dann gehen wir gleich wieder auf den Weg zurück. Ich freue mich nachher, muss ich ja wirklich gestehen, wenn dieser Moment erreicht ist, wo wir dann wirklich kräftig sind und auch mal ein paar Gegner platt machen können und das alles uns dann in Ruhe einmal anschauen können und hier wirklich die ganze Gegend erforschen können. Also der eine oder andere hat sich schon Sorgen gemacht, ob wir uns denn die ganze Gegend auch noch angucken. Selbst verfreilich. Oh, nein. Oh, scheiße. Selbst verfreilich werden wir das noch tun, aber natürlich halt erst, wenn ich stark genug bin, weil ich habe keinen Bock immer, dass wir nur die Hälfte erkunden können, weil dann uns hier so ein Roboter im Weg steht, mit dem wir uns halt echt noch nicht anlegen brauchen. Das hat noch keinen Sinn. So. Und weiter hoch. Okay, das ist spannend. Hier ist es am Wackeln. Ich kann es ja nicht mal, wenn es still ist. Wenn es sich bewegt, wird es garantiert richtig. Ey, was ist denn jetzt passiert? Ich bin irgendwie durchgefallen. Warum auch immer. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wir standen da ja relativ safe drauf eigentlich, aber ist okay. Oh. Oh, Gottes Willen. Das ist nicht so einfach hier, aber ich will da jetzt hoch. Wir schaffen das auch. Jetzt warten wir mal kurz, bis hier die Ausdauer wieder aufgeladen ist. Der Sprit eher. Ich glaube, wir gehen mal außen rum. Die Rückseite ist vielleicht cooler. Problem jetzt war gerade, dass ich beim starten, beim starten ist er nicht sofort losgeflogen, sondern erst mal noch einen Kilometer runtergefallen, bevor er losflog. Das war jetzt auch wieder ein bisschen dumm. So, nochmal. Wir probieren es einfach mal. Du, was haben wir zu verlieren? Außer, dass wir einmal nochmal wieder runterfallen. Oh, das ist tatsächlich einfacher. Wir müssen jetzt ja nur noch da oben drauf. Kommt mich von hier aus da nicht einfach hoch. Probieren wir mal mein Glück. Ja, guck mal. Das war ja deutlich einfacher. Also, hier haben wir Sprengraketen. Noch mehr Sprengraketen. Sonnenbrille. Sehr praktisch. Zigaretten. Die können wir teuer verkaufen. Und Geschosse. Das heißt, hier hat sich oben auf diesen wunderbaren Turm irgendjemand draufgesetzt. Hat sich hier seinen Campingstuhl hin gechillt. Sein Angeberstuhl. Da setze ich mich jetzt erstmal rauf auf diesen Angeberstuhl und genieße die Aussicht. Und dann chillt der hier rum, ne? Also, wenn es etwas gibt, was ich cool finde, dann definitiv das hier. Weil ich muss mal ein bisschen zurück suchen. Das ist, äh, holt mich schon sehr ab, muss ich sagen. Genießen wir ein bisschen diese wunderbare Optik. Während ich hier in diesem Angeberstuhl sitze. Es holt mich ab. Gut, äh, genug im Angeberstuhl gesessen. Weiter geht's. Wir müssen jetzt in diese Richtung. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt erstmal wieder in Richtung dieses Weges vor. Denn, wie gesagt, mir ist das hier ein bisschen zu voll mit Gegnern. Mit denen werden wir uns jetzt erstmal nicht anlegen. Und gehen einfach wieder zurück und folgen erstmal dem Weg. Da oben ist der Mast. Mal gucken. Ob wir das schaffen, ohne komplett auf die Fresse zu kriegen. Man kann ja sonst auch ein bisschen schleichen und so, ne? Das sind ja auch Optionen. Darf man nie vergessen. So, aber jetzt erstmal hier entspannt lang. Da sitzt einer am Lagerfeuer. Bleibt mal hoffnungsvoll, dass der nett ist. Vielleicht will der ja irgendwas. Er greift auf jeden Fall nicht sofort an. Das ist erstmal sehr sympathisch. Okay, sind ein paar Leichen. Kleriker, der tot ist. Noch ein Kleriker, der tot ist. Dann haben wir da eine Truhe. Die öffne ich auch mal eben. Dann lesen wir direkt mal Radox Bericht. Generell müsste ich, glaube ich, mal wieder gucken. Liebes Mission Vorratskiste hatten wir schon. Radox Bericht. Er scheint hier Radox zu sein, weil, ne? Ja, ist er. Moin. Hm. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander. Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Deine Drohungen lassen mich kalt. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Ich frag mal, was er mir anbieten kann. Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Die Waffen meiner Gegner. Nie benutzt. Nur einmal fallen gelassen. Die meisten begehen den Fehler und unterschätzen uns in vielerlei Hinsicht. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs. Und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Okay. Paige schickt mich. Paige schickt mich. Paige. Hm. Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Ich mische mich nicht in die fremde Angelegenheit. Du kannst, ja, du kannst auf mich zählen. Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Dich hole ich mir. Kaya steht neutral zu dir. Okay. Hallo. Willst du mir mit Kaya jetzt nicht versauen, aber... Er hat ja jetzt erstmal nichts falsch gemacht. Deswegen also... Na gut, er ist halt... Naja. Schwierig. Ich hab noch nicht so ein genaues Mindset, wen ich jetzt mag und wen ich nicht mag. Es ist einfach ein bisschen schwierig. Guten Tag. Die Kleriker liegen im Staub. Und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Ja, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Außerdem habe ich etwas für dich, das deine Auftraggeberin in der Kuppelstadt zufriedenstellen wird. Hier, gib ihr das. Für den Anfang wird es reichen. Den Rest werde ich ihr zu gegebener Zeit zukommen lassen. Machen wir so. Hast du auch was für mich am Start? Hast du auch etwas für mich? Du ersuchst deinen Separatisten um Ausrüstung? Du musst wirklich tief gefallen sein. Du, ich will einfach nur gratis Zeug abgreifen. Wer kann ich nicht für dich tun? Mächtige Heiltränke. So. Hüte dich vor den Elexitoren. Ja, ja sowieso. Ich dachte, wir können auch irgendwie handeln oder so, aber ist nicht drin. Gut. Aber unsere gute Begleiterin war jetzt nicht böse, dass wir das hier gemacht haben. Insofern bin ich erstmal zu versichtlich. Jetzt gucke ich mal eben. Ja, wir müssen darüber auf die Brücke. Machen wir das mal. Wir können auch noch ein paar kleine Monster noch wegprügeln. Und da ist auch noch ein Gebäude, wo man nochmal reingucken könnte. Wenn man eh schon mal dabei ist, ne? Hätte jemand eine richtig solide Brücke hingezimmert. Irgendwie eine Art Farm oder sowas gebaut. Gibt es hier noch Leute oder sind das einfach nur Überreste von irgendwas? Ich sehe hier auf jeden Fall erstmal niemanden freundlich ist. Aber das sieht halt schon noch so aus, dass... Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ich muss gerade sagen, es sieht so aus, als wäre es zumindest mal bewohnt gewesen, ne? Hallo. Alles Material für meine wunderbaren Rezepte, die ich bald mal zubereite, hoffentlich. Große Heilpflanze immerher damit. Da haben wir noch eine Ratte und ein Federvieh. Fleisch, Fleisch, Fleisch. So, wo war jetzt hier der Gegner, den will ich eben noch wegmachen? Da. Der sieht gefährlich aus. Warte mal erstmal quicksafe. Das sieht aus, als könnte uns das doch gefährlich werden. Oh, ne, geht wohl. Oh. Ich habe die Beide weggeknallt mit meinem Kuh. Nice. Der Kritter ist tot, als auch die Blutkralle. Sehr gut. Das ist ja besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Hier, die Brücke hat es wohl hinter sich. Die hat auch Metal aufgesagt. So, dann gucken wir jetzt mal noch hier in dem Gebäude, ob wir da noch irgendwas von Wert drinne finden. Das macht halt irgendwie auch Spaß, so in Elex, ne? Diese verfallenen Ruins untersuchen und zu gucken, ob man überall irgendwo noch was Nützliches findet, abseits von sanften Toilettenpapier für den Popo. Sag ich doch, sanftes Klopapier. Ich habe es geahnt. Elektroschrott, Goldbrocken. Was haben wir denn hier noch so drinnen? Ein Schlafsack, ein kleiner Heiltrank. Elex-Trank, Klopapier. Geldbündel, Metallschrott. Rohes Fleisch. Zigarettenstänge. Kurze Nachricht, die lesen wir gleich. Öllampe. So, was haben wir denn hier drinnen? Müssen wir so machen? Ne, so. 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 Dann die beiden und dann nach hinten. Ja. Läuft. Zu einfach. Sag ich doch. Zu einfach. Ist schon ein bisschen Angeber, ne? Wir haben Setzerbrot, wir haben Dietrich und gute Messer. Gut, dafür hat es sich jetzt fast nicht gelohnt, das auseinanderzuballern, aber ist okay. Okay. Hier haben die einen Pizzaofen am Start. Die haben hier einen kleinen Pizzaofen, ich sag's euch. Die haben hier gerne und viel Pizza gegessen. Ich fühle das. Wie wir gelernt haben, wir mal auf die Dächer nochmal raufgucken. Hey, sie ist einfach durch das Dach durchgeflogen. Den Skill soll sie mir auch nochmal beibringen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Oh moin, da kommen Leute. Hallo, ich hab nicht gerade eure Kollegen umgebracht. Wer bist du denn? Kann man mit dir reden? Reisender Händler, hallo. Hallo, Fremde. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Ich würde tatsächlich mal gerne gucken, was hast du denn anzubieten? Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Zeig ich mal. Er hat einen Zepter, er hat einen Hammer, ein Plasmagewehr, Lasergewehr, Energieschild, die Klamotten, Pfeiltränke, Rezept, Apfelschnaps. Ein Rezept für einen Apfelschnaps. Regeneriert Gesundheit, kosten Honi. Schnaps und Apfel, du nehme ich doch gerne mit. Brennstoffzellen, Energiezellen. Ja, den Rest brauchen wir nicht. Das war's schon. Hau rein, ne? Danke fürs Apfelschnapsrezept. Rezepte halte ich mal so ein bisschen die Augen offen, das schadet ja nicht, ne? So, Achtung, hier crossen Kühe. Bin mal gespannt, ob wir eine Kuh zum Streicheln finden. Wir haben ja gelernt, dass Kühe streicheln richtig und wichtig ist. Grüße gehen raus an meinen Ocarina of Time Marathon Stream dieses Jahr. Kranke Pestratte, die hat auch schon jemand. Also entweder ist sie an ihrer eigenen Krankheit gestorben oder jemand kam uns zuvor. Jemand stärkeres als eine kranke Pestratte. Oh, das ist eine Höhle. Ich habe eine Höhle entdeckt. Da müssen wir natürlich reingucken. Wie das immer so ist, fängst du an, in so eine Höhle reinzugehen. Der Anfang ist noch nice und ganz tief drin wartet irgendwas. Ekel ist. Okay, das ist doch keine Höhle. Ey, ich bin hier. Ey, renn mal nicht weg. Ey, was soll denn sowas? Wow. Okay, das hat uns ziemlich weit wieder zurückgeführt. Nicht schlimm. Da sind wir wieder. Und da sind auch die reisenden Händler. Dann können wir ja mit denen ein bisschen zusammen spazieren. Die können uns ja ein bisschen schützen vor Gefahren, die hier gegebenenfalls noch lauern. Ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Was sollen wir denn alleine hier rumreisen, wenn wir doch nette reisende Händler an unserer Seite haben können? Ich helfe ja auch euch übrigens. Ich bin gerade dabei, eure Kommunikation wieder an das Laufen zu bringen. Da oben ist auch wohl der Ort der Begierde. So wie sich das darstellt. Man kann außen rum gehen. Ich glaube, wir gehen auch außen rum. Hier schau mal. Hier habe ich mir auf jeden Fall den Marker hingesetzt, dass ich hier jetzt irgendwie außen rum gehen möchte. Man könnte wahrscheinlich auch versuchen, straight geradeaus irgendwie da hoch zu gehen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier rum. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, die dachten sich, ich tanke gerne. Lass mal einen Ort bauen, wo man Autos reparieren und betanken kann. Das haben die sich da wohl so primär bei gedacht. Wussten ja nicht, was sie damit anrichten, die Idioten, ey. So ne Stödel. Aber naja, irgendwann haben sie es ja gelernt. Viel zu spät. So, ist noch ne. Ready? Darf ich da mal eben vorbei? Dankeschön. Darf ich da mal vorbei? Den Elektroschot nehmen wir auch noch. Hallo. Irgendwas drauf? Ne. Oh, es klingt so gefährlich. Da. Da ist sie wieder. Eine Felsassel. Mh. Da spüre ich schon wieder das köstliche Felsassel-Ragout. In Sahnesoße. Gehe direkt auf die Hüften, aber ist es auch wirklich wert. Super lecker. Das sieht auch aus, als könnte das da irgendwo Richtung... Irgendetwas Wichtigem gehen. Da sind so richtige Banner aufgehangen und so. Aber da gehen wir erstmal noch nicht hin. Da unten könnte auch noch was sein. Wir gehen erstmal da oben gleich in diese Richtung. Schauen wir uns aber noch ein bisschen um. Ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier ist auf jeden Fall noch ein alter Wagen. Da haben wir eine Öllampe. Einen Energiespeicher. Da liegt noch ein kleiner Heiltrank einfach so rum. Zigaretten haben wir auch noch am Start. Und noch eine Ratte. Zack. Hierher. Dein köstliches Fleisch soll mir gehören. Dann zurück hier in die Bude rein und nochmal gucken, ob wir innen drin noch was finden. Einen Speer. Noch eine Zigarette. Klebeband. Metallschrott. Noch mehr Klebeband. Einen Tresor. Mal gucken. Ah, wir brauchen einen Lock. Meistens findet man es ja irgendwo in der Nähe. Das heißt, hier wird irgendwo schon sowas sein. Keule. Die Codes findet man in der Regel irgendwo in der Nähe. In so einem, in dem Gebiet, wo man sich auffällt. Meistens liegt das alles irgendwo rum. Ja, Han. Entspannt bleiben, bitte. Man wird es ja irgendwie in der Bude erwarten, dass das da irgendwo versteckt ist. Aber das finden wir noch raus. Meine Lieben, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit noch ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Path wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.